Hm, vielleicht sollte ich besser nicht so... Ach nee, warte, ist ja egal. Also... Ja. 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 Oh. Hallo Damaskus. Ich find die Musik irgendwie genial. Bürger retten? Hier schon? Es war ja noch nie da. Naja, egal. Gehen wir mal unsere ersten Bürger retten. Versucht es! Jetzt endet dein Leben. Äh, ja, ähm... Du musst dich schon für ein... Au! Hey, das gibt es aber... Äh, der hat irgendwie voll vorbeigeschlagen. So, jetzt du! Los! Au! Ih! Geht doch. Hey! Jo! 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 Die sind gar nicht tot. Er ist ja tot. Er ist ja tot. Gehen... Gäh... Entschuldigung, Entschuldigung. Ich geh mal mit euch ne? Okay! Hmm, hm, hm. Feierabend, Kack-Zee. Ich liebe Scrubs. Wirklich, ich liebe es. Und das erinnert mich einfach zu da dran. Nur, dass die alle nicht den bösen Blick haben. Die einzigen, die den bösen Blick haben ist, sind die da. Lassen wir uns mal vorbei hier. Oh, äh, ja, Gelehrte, hier, also, bitteschön. Jetzt kommen schon wieder die Marktfuzzis. Nein. Ja, ist mir egal. Okay, jetzt kann ich auch aufhören. Hm, mal sehen. Gehen wir mal ein wenig durch die Stadt. Ähm. Ah, nein, das zeige ich noch nicht. Ähm, man kann hier über die Tische springen. Das ist lustig. Dann ärgern sich die immer. Warte, hier steht nichts, aber doch, hier steht was. Schade. Ich dachte, da steht jetzt nichts. Dass man nicht kaputt machen braucht. Aber da steht nichts. Genau, wenn ich jetzt renne, hier so, hier so, und dann. Juhu! Das macht, das ist so geil. Ich find das so lustig. Aber wir sind, äh, deswegen nicht hier. Wir sind hier, weil wir jetzt auf diesen Turm dort steigen. Nein, deswegen nicht. Auch dafür schon, also. Oh, Entschuldigung. Kannst du nicht aufpassen? Kannst du nicht? Ich kauf gar nichts. Weißt du, wisst ihr, das nervigste an diesem Spiel sind immer noch diese Bettler. Rinnen. Wirklich. Also, die sind wirklich, also richtig nervig. Also, sie gehen mir so auf den Piss. Oh, Bürger retten. Ach, deswegen sind die Gelehrten hier. Okay, Leute. Ein wenig Action. Okay. Ja, los, mach schon. Natürlich ist es blöd, wenn... Ach so, das hab ich ja noch gar nicht. Ich kann noch gar nicht kontern. Aua! Los, aufhin! Stirb! Endlich! Scheiß! Arschgesicht! Stirb! Nein! Scheiße, jetzt bin ich tot! Nein! Kacke. Ja, die haben mich auch gerade ermordet. Toll. Super. Wunderschön! Jetzt sind wir das erste Mal gestorben. Ne, warte. Wir sind schon vorher gestorben. Ach, nö, nö. Ach, kommt schon. Jetzt hab ich keinen Bock mehr, so da reinzugehen. Also, ich... Man kann doch auch... Ähm. Entschuldigung. Ja, guck nicht so dumm. Ja. Ja, so. Zieh hoch. Kann man ja auch. Ja. Moment. Ich muss mal gucken. Normalerweise könnte man das. Also, ich hab gesehen, man kann was bei anderen machen. Also, in anderen Städten. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Da ist ein Balken. Kann ich sehen. Den könnt ihr auch sehen. Lalalala, die Typen seht mich nicht. Ähm. Fallen lassen? Ha! Funktioniert. Sehr schön. Von Balken zu Balken springen. Und... Ich bin kein Narr. Du bist ein Narr. Nein, du hast dich verlassen. Du hast dich verlassen. Schon wieder. Ey, sagt mal. Wollt ihr mich verarschen? Ey, hört mal. Ich... 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 Jetzt gibt's... Jetzt gibt's... Klappe! Aua! Stimmt doch! Ach, geht doch. So, jetzt noch der letzte. Ach, da ist noch einer, wie ich gesehen hab. Stirb! Stirb! Endlich! Ach, nö. Au! So, jetzt stehst du noch. Am besten da im See. Du könnt... Hier kann ja keiner schwimmen und so. Gut, so. Seht euch die Hände von dem an. Das sieht ja hässlich aus. Ist ja echt schlimm. Ich nicht. Das war ich nicht. Das war... Ein... Geist. Naja, wir gehen jetzt erstmal da oben drauf. Sink-Anzeige. Erstmal wieder. Total fail. Und da sind schon wieder diese komischen Wanderprediger. Hm. Na, wo ist denn hier? Ach, da! Da, 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 da ist es ja. Mir fällt's grad ein, ich muss noch einen Kuchen backen. Fanta-Kuchen. Mal wieder. Ja, mach ich später. Wobei, ich könnte es nach der Aufnahme machen kurz. Was? Äh. Oh, achso. Okay. Also, irgendwie geht sein, äh, Dingsmantel, bla, da durch das Brett. Seht ihr das? Das ist aber nicht normal. Das ist aber nicht normal. Naja. Was soll's. So. Wo haben wir denn das Ding? Ah, da. Irgendwie voll weit weg, aber egal. Jetzt daneben! Oh, doch nicht. Oh, meine Rücken. Scheiße. Äh, da liegen immer noch die Toten. Ich verpiss mich besser. Ah, ich sehe... Ich sehe das. Entschuldigung. Aha. Da ist unser Ziel. Ach, nö. Nicht schon wieder da Bürger retten. Ich muss wieder Bürger retten? Also, immer noch mehr? Nein, du wirst sterben! Und du auch! Los! Du hast doch keine Chance gegen mich! Ich bin doch der Beste! Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Äh. Ja, ein bisschen näher. Nah, also. Ja, also. Ich find das cool, dass die dann einen helfen. Dann später. Also, wenn man da so in der Nähe mit jemandem halt, oder so. So, dahin. Müssen wir, denke ich. Denke ich. Ja, halt doch die Fresse, Junge. Ja, red doch! Ja, ist gut! Yeah! Ah, guck mal, was wir hier haben. Nett. Ah, hier. Hier muss es sein. Okay. Gibt's hier irgendwo eine Leiter, oder so? Ich geh hier schon. Ah, da hinten ist eine Leiter. Ah, toll! Da hinten! Naja, hier kann man ja schnell rüberjumpen. Ähm, runterfallen lassen. Ähm, dann hier so runter. Und fallen lassen. Sehr schön. Ähm, da hin müssen. Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ja, ja. Irgendwie leckt's hier grad wieder ein bisschen. Aber ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es hier an Skype. Nein, eigentlich nicht. Ähm, hallo, Freunde. Taschendiebstahl. Geht weg. Ich geh nicht weg. Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Ihr werdet nirgends bessere Waren finden, dass... Ja, ich bin immer noch zu nah. Geht doch. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen. Viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Rätseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut. Dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Hm. Ich stehe hier nur so rum. Und mache nichts. Und stehe rum. Und bin so cool. Und bin so attraktiv. Ich meine, seht ihn euch auch an. Er sieht doch nett aus. Hallo, jung, alter Mann. Wie geht es dir? Am besten tue ich es, wenn ich dadurch... Entschuldigung. 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 Dafür solltet ihr euch entschuldigen. Entschuldigung. Ich hab nichts... Gehst du mal weiter? Oh nein, das ist so... Das ist wieder so eine olle Bettlerin. Hey, ich hab doch gar nichts gemacht! Och, nö. Puh! Ich hab gar nichts gemacht! Oh, äh, oh, äh, schnell weg hier! Doch, kann ich! Wie du siehst. Geht's aber mal hier durch. Ja, bin ich! Hallo, du sollst nach rechts... Rechts... Links, wenn ich... Laufen. Och, nö. Hey, Leute. Ich hör mal kurz ab, ne? Ah, da oben. Hallo! Schnell nach oben, ich nach oben. Geh nach schneller! Schneller! Hallo? Was ist nach oben? Was ist jetzt los? Geht doch. Doch, fertig! Oh, scheiße, sie sind überall. Ich kenn sie auch. Also...